Laut Seite 6 sollten diejenigen unter ihnen, die auf Wiedersehensbilder der Sussexes mit der königlichen Familie hoffen, vielleicht nicht zu lange den Atem anhalten. Das liegt daran, dass es auf keinen Fall passieren wird. Meghan macht ziemlich deutlich, dass alles, was in der Vergangenheit mit der königlichen Familie passiert ist, in der Person bleiben wird und dass sie diesen Moment in ihrem Leben nicht noch einmal erleben möchte, solange sie durch die Scheidung genügend Entschädigungsgelder erhält. Das gleiche gilt jedoch nicht für Prinz Harry, obwohl in den letzten Wochen Scheidungsgerüchte aufkamen, nachdem Radar Online behauptete, dass das Paar sich eine Auszeit nehmen würde. Eine Quelle erklärte uns direkt, warum Meghan und Harry keine Stellungnahme zu den Berichten über Eheprobleme abgegeben haben. Kürzlich enthüllte ein Anwalt, dass König Charles einen klaren Schritt unternehmen will, um Harry und Meghan Markle unmittelbar nach Abschluss des Scheidungsverfahrens die Titel zu entziehen. Eine einem Insider nahestehende Quelle sagte, dass ihre Scheidung oder offizielle Trennung wahrscheinlich noch vor Weihnachten sei. Der königliche Anwalt sagte, dass der Gesetzentwurf zur Aberkennung von Titeln für private Mitglieder vorangetrieben werde, der König jedoch keine Titel abziehen wolle, mit einer Ausnahme, nämlich einem Großereignis. Der König möchte nicht, dass eine zersplitterte königliche Familie in Amerika lebt, aber wenn Harry und Meghan sich scheiden lassen, wird er die Titel entfernen, indem er ein Buchstabenmuster herausgibt. Was halten die in Sussex lebenden Menschen davon, dass der Name ihrer guten Grafschaft mit Meghan Markle aus Hollywood in Verbindung gebracht wird, die den Dienst an ihrem Volk herabwürdigt? Ich bin mir sicher, dass sie es satt haben, zu hören, wie der Landkreis in Klatschkolumnen und Talkshows erwähnt wird. Auch wenn es sich um eine Titelrolle handelt, würde der König niemals wollen, dass der Titel der Herzogin in einer Zeile und einem Witz zum Gespött wird, denn sowohl William als auch Charles arbeiten hart daran, die Monarchie am Leben zu erhalten. Er wird schließlich dafür sorgen, dass nur diejenigen, die im öffentlichen Dienst stehen, königliche Titel tragen können. Im Falle einer Scheidung kann es möglich sein, Meggans Titel nach Buchstabenmuster zu entfernen. Sie trägt den Titel nicht, es ist Harry, der es tut. Obwohl das House of Lords entschieden hat, dass eine Scheidung für Pierce eine Art lebenslanges Interesse am Titel darstellt, bis sie wieder heiratet, es ist klar, dass der Titel eines geschiedenen Pierce durch ein Buchstabenmuster entfernt werden kann. Viele Menschen glauben, dass es im Falle einer Scheidung das Beste wäre, wenn Harry freiwillig alle seine Titel zurückgibt, bevor er die Scheidung einreicht. Sie hat nur wegen ihm einen Titel, und wenn es dazu kommt, verliert sie auch ihren. Berater gaben Charles den Rat, dass er dies zu einer festen Bedingung für jegliche finanzielle Hilfe machen sollte, die Harry benötigen würde, um von dieser Frau wegzukommen. Dazu kommt noch, dass er darauf besteht, dass er still und heimlich in eine psychiatrische Einrichtung geht, um sich zu klären. Er könnte dann während eines Fehlers irgendwo in der Sonne ein Privatleben führen. Vielleicht kommt es, weil berichtet wird, dass Prinz Harry eine große Geste für seinen Sohn Archie plant, um die verpasste Krönung von König Charles auszugleichen. Der Herzog von Sussex reist bald nach Afrika, um seine kommende Netflix-Dokumentation zu drehen, und hofft, Archie auf die Reise mitnehmen zu können. Wie der Mere während der Krönung von König Karl III. Anfang des Jahres berichtete, reiste Prinz Harry alleine nach London, um an der Zeremonie teilzunehmen. Berichten zufolge möchte er nun, dass Archie keine großen Momente mehr verpasst.